Das war ja mein erstes Länderspiel. Das habe ich auch hier tätowiert. Das ist für mich eine besondere Erinnerung, weil für mich war eigentlich immer schon ein Traum für Tunesien zu spielen. Liebe 690-Fans, es ist mal wieder Zeit für ein Interview aus unserer Akademie. Mein Gast seit vergangenem Sommer bei Hannover 96, die vergangenen Wochen beim U20-Afrika-Cup unterwegs gewesen und die kommenden Tage auch für Tunesiens A-Nationalmannschaft unterwegs. Herzlich Willkommen, Marc Lamptey. Dankeschön. Wie gesagt, es ist deine erste Saison in Hannover. Du bist aus der U19 von Bayer Leverkusen zu 96 gewechselt, zunächst in unsere U23. Wie waren deine ersten Eindrücke und hast du dich mittlerweile gut eingelebt? Ja, ich bin ja relativ spät, erst im September dann gewechselt und wurde hier auch gut aufgenommen. War dann so der Plan, dass ich hier erstmal zu U23 komme, mich wieder komplett fit mache, weil wir davor schon Trainingsrückstände hatten und dann ab dem Winter dann halt rüber zur ersten. Aber so die ersten Eindrücke waren super, die Anlage gefällt mir gut, die Teamkollegen waren alle sehr nett, sehr hilflich, auch gut aufgenommen und mit dem Trainer kam ich auch direkt gut klar. Was waren denn die ausschlaggebenden Argumente für einen Wechsel zu Hannover 96? Es hat damals schon angefangen, weil ich im ersten Jahr in der U19 schon Kontakt zu Hannover hatte und wir vielleicht über einen Wechsel nachgedacht haben. Es ging aber damals noch nicht wegen der vertraglichen Situation und ich hatte hier schon mit den Gesprächen mitbekommen, da ich hier eine super Option habe, auch in die erste Mannschaft zu kommen, hier auch meine Spiele zu machen und natürlich auch mit der U23 zusammen in der Kombination wäre das halt auch super, weil hier könnte ich erstmal die Spiele bekommen, fit werden und dann nach und nach den Schritt zu den Profis machen. Pandemiebedingt sind es dann leider erst vier Spiele geworden bei unserer U23. Hast du trotzdem gut in die Mannschaft gefunden und wie schwer oder wie leicht fiel dir der Schritt vom Junioren in den Herrenbereich? Es ging alles relativ schnell, also ich bin hier hingekommen, glaube ich, es war ein Donnerstag und wir hatten Samstag das erste Spiel, also es war wenig Zeit sich vorzubereiten. Aber so die ersten Spiele haben wir, wir haben leider verloren, aber für mich persönlich war es ein guter Schritt, auch wieder einfach reinzukommen, weil sechs Monate ohne Spielpraxis war schon hart und dann hatten wir, glaube ich, vier Spiele innerhalb von zwei Wochen. War insgesamt schon hart, aber hat mir auf jeden Fall gut getan, um direkt reinzukommen. Was sind denn für dich so die größten Unterschiede zwischen Junioren- und Herrenfußball? Auf jeden Fall, dass alles ein Schritt schneller ist, es geht halt alles ein bisschen schneller und die Körperlichkeit. Also in der U19 war das eher noch ein bisschen, wie man ja sagt, Kinderfußball und dann, wenn man zu den Profis oder auch zu den Herren gegangen ist, war das alles schon viel körperlicher. Da für dich und unsere U23 der Ball weiterhin ruht, konzentrieren wir uns mal auf deine Länderspielerfahrungen. Frage vorweg, du bist in Köln geboren und in Deutschland aufgewachsen, hast glaube ich die deutsche und die tunesische Staatsbürgerschaft. Warum hast du dich für Tunesien entschieden? Es war damals so, dass ich in der U15 das letzte Mal für Deutschland gespielt habe. Danach habe ich auch gar nicht mehr für Deutschland gespielt. Dann kam über ein Verband eine Anfrage, ob ich mal Lust hätte für die U23 zu spielen. Einfach mal so ein Trainingscamp da mitmache. Und wir hatten auch, glaube ich, ein paar Freundschaftsspiele. Da hatte ich auch dann zugesagt, aber dann hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ich weiß gar nicht mehr genau den Grund. Und dann fing das so an, dass ich halt zur Nationalmannschaft geflogen bin für eine Woche. Und das hat mir da so gut gefallen und ich habe mich auch wohl gefühlt und ich habe gemerkt, die wollen mit mir arbeiten. Und ich kann mich da weiterentwickeln und auch schneller den Schritt zur ersten Mannschaft machen als bei Deutschland. Und das hat mir dann einfach gut gefallen. Von Mitte Februar bis Anfang März warst du beim U20 Afrika Cup. In Mauretanien war das unterwegs. Hast mit Tunesien Platz 4 erreicht. Du warst umenstrittener Stammspieler. Hast bis auf das Spiel um Platz 3 auch jedes Spiel über die volle Distanz gemacht. Welche Ziele hattet ihr euch im Vorfeld gesteckt und wie bewertest du diese spezielle Erfahrung für dich persönlich? Wir waren, wie ich mitbekommen hatte, mit der U20 seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr qualifiziert. Also war erstmal die Qualifikation so ein großer Schritt. Das haben wir dann auch gemacht. Da waren wir auch alle fröhlich drüber. Und dann war halt das Ziel schon Gewinnen, weil ich denke, wir hatten eine Top-Mannschaft. Auch viele Spieler auch noch aus Europa. Und wir haben davor schon gegen Marokko und gegen Algerien in den Qualifikationsspielen gesehen, dass wir auf jeden Fall eine gute Chance haben. Im zweiten Gruppenspiel gegen Namibia hast du die Führung beim 2 zu 0 Sieg erzielt. Das war dein erstes Tor für Tunesien. Wie fühlt sich das an und welche Emotionen setzt du ein besonderer Moment frei? Ja, es war ein super Gefühl. Davon träumen wir immer vor jedem Spiel, ein Tor für die Nationalmannschaft zu machen. Und als ich an das Tor gemacht habe, wusste ich gar nicht, wie ich reagieren soll, weil ich so fröhlich war. Und das war einfach toll. Hast du dir sowas wie den Spielball gesichert oder wie dürfen wir das bei dir vorstellen? Ne, nur das Trikot. Den Spielball durften wir nicht mitnehmen. Den mussten wir wieder zurückgeben, weil nur begrenzte Bälle da waren. Aber das Trikot habe ich mir auf jeden Fall gesichert. Hast du den 7. Juni 2019 im Kopf? Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag? Ja, das war ja mein erstes Länderspiel. Das habe ich auch hier tätowiert. Das ist für mich eine besondere Erinnerung, weil für mich war eigentlich immer schon ein Traum für Tunesien zu spielen. Auch damals schon die Spiele verfolgt. Und damals habe ich halt die Chance bekommen, 10 Minuten zu spielen. Und das war für mich eine super Erfahrung. Die haben mir damit gezeigt, dass sie mir vertrauen. Ich habe das Vertrauen dann auch gut ausgenutzt und bin danach dann direkt mit denen zum Afrika Cup geflogen. A-Nationalmannschaftsdebüt im zarten Alter von 18 Jahren. Jetzt bist du 20, hast drei Länderspiele gemacht, regelmäßig nominiert worden. Aber wie geht man in so einem jungen Alter damit um, dass man schon Nationalspieler ist? Und wie groß ist die Gefahr, eventuell abzuheben? Erstmal ehrt das ja einen natürlich. Man ist erstmal glücklich darüber. Und abheben war eigentlich bei mir nie so das Thema. Dafür sorgt eigentlich meine Familie, dass ich immer auf dem Boden bleibe. Aber auch selber bin ich gar nicht der Typ, der direkt abhebt, versucht immer auf dem Boden zu bleiben. Und weil ich ja auch erst dann 18 war, waren halt meine nächsten Schritte, dann in den Profikaler zu kommen und auch mich in Deutschland hier durchzusetzen. Was würdest du jungen, aufstrebenden Spielern diesbezüglich raten? Was hält dich am Boden? Du hast es schon ein bisschen erklärt. Was sind so deine Tipps und Tricks für Spieler, die es ähnlich geht? Ja, immer neue Ziele vor Augen haben und immer hart weiter arbeiten. Es gibt immer das nächste Ziel und wenn man das dann erreicht hat, dann sollte man sich neue Ziele stecken und weiter hart arbeiten. In der nächsten Woche bist du dann wieder auf Reisen. Die letzten beiden Qualifikationsspiele stehen an für den Afrika Cup. Als Tabellenführer, sechs Punkte vor Platz drei seid ihr eigentlich schon so gut wie dabei. Steigen da die Chancen auf Länderspiel Nummer vier und wie siehst du generell deine Rolle in der A-Nationalmannschaft? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da meine Minuten bekomme. War auch schon vorher ein Thema in Gesprächen, dass es vielleicht passieren wird. Und ich bin erstmal froh, dass wir uns qualifiziert haben und sehe meine Rolle jetzt so, dass ich mehr und mehr Spielzeit da bekomme und weiterhin nominiert werde. Auch hier dann meine Spiele mache und mich dann auch weiterhin zu präsentieren für die A-Nationalmannschaft. Egal ob Tunesien oder Hannover 96, mal sieht man dich als Sechser, mal als Innenverteidiger. Auf welcher Position fühlst du dich am wohlsten? Ich spiele beides gerne, aber wenn ich eine Position sagen müsste, dann wäre es die Sechs, weil ich da auch mehr offensive Aktionen habe und es generell im Markt zu kombinieren. Innenverteidiger kann ich eigentlich auch gut spielen. Habe ich im ersten Jahr 2019 auch eine Saison lang gemacht, aber Sechs ist halt mir ein bisschen lieber. Abschließend darfst du unseren 96-Fans noch verraten, auf welche Stärken sich die Fans freuen dürfen und an welchen Fähigkeiten muss Marc Lamptey noch arbeiten. Ich würde sagen, meine Stärken sind meine Technik, meine Übersicht, auch Spielfreude. Eventuell müsste ich noch ein bisschen an meinem Tempo arbeiten, aber ich denke, wenn man jetzt oben wieder trainiert, kommt das nach und nach. Und körperlich müsste ich vielleicht noch ein bisschen zulegen. Dann vielen Dank für die ausführlichen Eindrücke und viel Erfolg bei der Nationalmannschaft. Danke. Liebe 96-Fans, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal hier aus der Akademie. Bis dann, tschüss, tschau. Musik Bis zum nächsten Mal.